Hallo, das nächste Update. Heute ist Tag 58, ob das das so ist. Ich habe gerade vor einer Stunde ungefähr meine Spritze bekommen. Ich habe auch schon Nachschub für die nächsten drei Monate. Ja, und eigentlich war heute auch angedacht, mal ein paar Chirurgen abzutelefonieren. Dummerweise haben die genauso wie ich heute alle frei. Guten Tag, ist natürlich total toll. Die Tatsache, dass ich mich jetzt insgesamt darum beschäftige, auch mal jetzt zu Vorgesprächen und so kommen, mir das mal alles anzuhören, wie das funktioniert und auch herauszufinden, bei wem ich das eigentlich machen lassen würde. Kommt daher, weil ich glücklicherweise bemerkt habe, dass ich schon seit April, ja, April letzten Jahres in Therapie bin. Ich habe zwischendurch den Therapeuten gewechselt und somit habe ich im September tatsächlich schon meine 18 Monate Therapie voll und im Oktober mal ein halbes Jahr Testosteron. Well, das bedeutet, offiziell kann ich dann bei der Krankenkasse die Kostenübernahme für die OPs beantragen. Was natürlich fantastisch ist, weil das bedeutet, dass ich auf jeden Fall, wenn das natürlich alles klappt mit dem Gutachtern und so weiter und so fort, dass ich jetzt nächsten Sommer oben ohne rumlaufen kann. Yeah! Das ist hervorragend. Naja, was gibt es sonst zu guten Sachen Testo? Also jetzt auch gerade heute hat mich meine Gynäkologin, bei der ich mir immer das Testo verabreichen lasse, darauf angesprochen, dass meine Stimme schon tatsächlich hier tiefer geworden sei. Und ich habe auch direkt nach den Urlauben von ein paar Leuten gesagt bekommen, dass sie tiefer ist, geworden ist. Auch wenn es noch nie so richtig gebrochen hat. Also jetzt schon, wenn ich jetzt irgendwie mal irgendwo mittrellere oder so, also ich bin jetzt kein begnadeter Sänger, nie gewesen. Aber das geht dann jetzt öfter schief wie vorher. Ja, Quälerei für die anderen, Freude für mich. Und noch. Gestern hatte ich doch mal die Gelegenheit, mich in meinem Körper ein bisschen eingehender zu widmen, irgendwann beim Baden. Und habe da gesehen, dass die Körperbehaarung doch an mehr Stellen jetzt irgendwie zuschlägt, zu wachsen als gedacht. Also erstaunlicherweise. Ich dachte immer, die Körperbehaarung hat irgendwie da eine andere Reihenfolge in der Pubertät, aber zumindest bei mir nicht. Es ist jetzt nicht nur vermehrt an den Beinen und im Genitalbereich, sondern auch, dass auf dem unteren Bauch immer mehr Haare kommen und dass zum Teil auch schon ein paar längere sind. Und direkt auf dem Bauch, wo früher eigentlich nur ganz weiche, hellblonde Haare waren, dann wird es jetzt ein bisschen dunkler. Also man hat da so einen leichten, hellbraunen Pflaumen. Und noch erstaunlicher tatsächlich so in so einem, na, sagen wir mal, Radius von so 5 bis 10 Zentimetern um die Nippel herum. Wachsen auch tatsächlich schon Haare. Zum Teil auch schon recht lange, dunkle Haare. Sieht jetzt mit Brüsten ein bisschen irritierend aus. Ich hätte nur nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Also gerade auch von männlichen Verwandten, meinem Bruder, meinen Cousins und so, kenne ich, dass das klar an den Beinen und so schnell zuschlägt. Aber dann erst mal der Bart kommt und dann irgendwann mal Rissbehaarung. Also, ja, keine Ahnung, was bei mir jetzt anders ist. Im Gesicht tut sich da noch nicht so viel. Also auf jeden Fall nicht im Bereich von Backen und Konletten. Also am Kinn schon. Da kommen immer mehr dunklere Haare und es stachelt auch schon ganz schön. Und man sieht sie auch direkt am Tag, nachdem ich mich rasiert habe, sofort wieder. Also, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt auch irgendwie vermehrt Pickelchen bekommen. Auch gerade hier unten wieder am Kinn. Mehr, ich weiß jetzt halt nicht, ob das reine Patates-Pickel sind oder halt durch die Haare kommt. Und man weiß es nicht. Ja, genau. Zu den Chirurgen nochmal. Ich habe so eine kleine Angeliste jetzt. Meine Top-Favoriten für die Phalloplastik sind in Berlin. Das ist so ein bisschen damit auskenntbar, ist auch ungefähr wahrscheinlich, wie ich meine. Und die haben lange Wartelisten, deshalb versuche ich jetzt auch schon so schnell den Weg, nicht Termine zu bekommen. Und für die Maustektonie habe ich mir zwei Chirurginen in Berlin ausgesucht. Die ich zumindest die eine erst am Dienstag erreichen kann, weil sie nur dienstags in Berlin ist. Und da diese OP durchführt. Genau. Was irgendwie auch noch ein bisschen oder was interessant ist, Ich habe relativ seit Anfang an meiner Transition so kleine Umfragen gestartet in meinem weiblichen Bekanntenkreis. So, was wird von Männern erwartet, wie soll den Mann aussehen und so weiter und so fort. Mich interessiert es halt, weil ich selber habe da jetzt nie so starke Präferenzen. Also, ich stehe auf beiderlei. Ich bin ein bisschen mehr auf Frauen, kann man schon durchaus so sagen. Also ein bisschen mehr schon. Ja, aber hübscher Mann, also für meine Begriffe hübscher Mann, den schutz ich jetzt auch nicht von der Bettkante. Ja, und ich weiß nicht, meine Erwartungen an wie hat einen Mann auszusehen sind jetzt gar nicht so spezifisch. Also ich brauche kein Bart, kein Brustfell und auch keine immense Körpergröße. Also ich finde es eigentlich eher sogar negativ, wenn jemand irgendwie über 1,80 ist. Also ich mag es einfach nicht so gern, wenn jemand so ein riesiges Stück größer ist wie ich oder ein ganzes Stück kleiner. Also irgendwie, was in meiner Größe plus minus 10 cm ist eigentlich für mich so das Optimum. Also das, ja. Und ja, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so immense Merkmale bei Männern, die ich jetzt wahnsinnig attraktiv bin. Oder wo ich sage, das macht jetzt ein Mann irgendwie ganz genau aus. Und, ja, wie gesagt, ich habe da umfragen gestattet und ich bin schon zum Teil, ich könnte fast sagen, ein bisschen schockiert, wie klischeehaft das hier mir ausfällt. Also auf jeden Fall groß. Na, also das Maßstab ist, habe ich jetzt so herausgefunden, wenn die Frau hochhackige Schuhe trägt, sollte der Mann noch ein Stückchen größer sein. Ja, also sowas wie 1,80 wird schon gefordert. Und dann, fand ich auch sehr cool, also starker Bartwuchs scheint auch immens anzukommen. Also wenn man, wenn jemand so einen Bartschatten hat oder so, dann bedeutet das irgendwie starke Männlichkeit, was anscheinend attraktiv ist. Jetzt haben wir da noch. Muskulös schon, aber nicht zu sehr, aber auch kein schmales Hemd. Doch bei einigen, also bei gar nicht so wenigen kam auch, das sollte schon so nach der Art, ich sag mal, ein Alphatierchen sein. Ja, wie man in der Beführungsbeziehung keinen Willen durchsetzt und guten Job hat und lalalala. Also echt, verdammt Klischee, verdammt Geschlechterrollen mäßig so. Also ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich das Ergebnis meiner Recherche ist. Ich lass mich doch gerne eines Besseren belehren. Werd natürlich auch weitere Nachforschungen anstellen, weil das sieht jetzt, sagen wir mal so, für mich auf dem Markt dann doch schon recht maugspäter aus. Okay. Okay. Okay.